Hessischer Rolf Jörg der CDU und den Ingolstein Präsident Norbert Kartmann Hessischer Rolf Jörg Hessischer Rolf Jörg Hessischer Rolf Jürgen Hessischer Rundfunk Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD